Hier in der Kinematik oder Bewegungslehre geht es eigentlich um scheinbar relativ langweilige Dinge, denkt man. Von wegen. Wie spannend das ist, sogar mal seine Reaktionszeit auszuprobieren. Das haben wir in mehreren Experimenten gemacht. Man ist nicht so schnell, wie man glaubt. Also es geht um Zeiten, um Geschwindigkeiten, um Wege und so weiter und so fort. Und das alles in der Praxis. Ihr glaubt gar nicht, wie spannend das sein kann. Ich habe die ganze Zeit geredet, damit ich hier, hier oben, hier, schaut mal, hier entstehen schon die ganzen Links. Damit ihr da was raussuchen könnt. Und in der Zeit müssten jetzt auch hier Links entstanden sein, die letzten Endes zu den einzelnen Videos führen. So. Gilt für alle Klassenstufen. Ob waagerechter Wurf, senkrechter Wurf und Co. Guckt einfach. Es ist genug. Und es ist für alle da.